Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 53 auf. Die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds und eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Herr Willi van Ooyen hat mit Ablauf des 15. April 2017 auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Somit scheitert er auch als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss aus. Ferner legt die Abg. Janine Wissler ihr Amt als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss nieder. Nach § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19-4847 schlägt die Fraktion DIE LINKE die Abg. Janine Wissler als stellvertretendes Mitglied sowie Herrn Abg. Jan Schalauske als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss vor. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag, Drucksache 19-4847, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach Gegenstimmen. Ich stelle fest, dass damit die Abg. Janine Wissler als stellvertretendes Mitglied sowie der Abg. Jan Schalauske als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss gewählt wurden. Das ist das, was wir sehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.